Ja, hier sind drei auf der Bühne stehen, meistens wieder ein riesengroßer Umbau bei der drei Knie der Bühne. Ja, alle die uns jetzt schon ein paar Jahre kennen hier auf der Bühne, werden sich die meisten wahrscheinlich freuen, dass es jetzt unser letztes Lied. Wir drei herauf. Ach so. Aber, wir wollten einmal noch was erleben, was mir überhaupt der Erwin, der möchte es wirklich einmal erleben in seinem Leben, wie das ist auf der Bühne so, wenn alle durchtreiben. So richtig warm. Richtung Stereos, wenn man ein Lied spielt, das letzte Lied und dann was liefst du dann den drei meistens? Zugrafe! Zugrafe! Sechst, die anderen freuen sich, dass du aufhörst. Und nicht nur das, wir wollen das einmal erleben, wenn so ein Höschen, die Haare zu uns auf die Bühne flirren. Nein, ich halte. Einmal möchten wir das erleben in unserer Karriere. Prinzessin. Nein, wir wissen, nein, wir wollen nicht unsichtig schreien. Aber wir haben ein bisschen unter uns mitgebracht, für die Damen, die das jetzt dauert, jetzt werden wir rausziehen. Also, da haben wir jetzt ein bisschen Ausbildung. Dabei, da war die Kinder ausgehört. Da war die Kinder ausgehört. Jetzt spielen wir unser letztes Lied. Und nach dem Lied spielt ihr alle... Zugrafe! Und dann dürft ihr schmeißen, ne? Okay, also, wir müssen uns kurz einander gehen. Auf geht's! Jetzt bringen wir sicher, dass das hier anders ist. Wir müssen uns überhörst, weil sie nicht unter uns mit einem besonderes Lied. Und dann wird das hier, da war die Kinder ausgehört. Und dann kommt es nicht unter uns mit einem besonderes Lied. Und dann ist es nicht mehr so großartig. Und dann wird das hier. Und dann wird das hier, da war die Kinder ausgehört. Applaus 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 Genauso, wie man das denkt, wie das Helmholtz super, meine Damen, ist wirklich der letzte Auftritt. Das war so die Prinzessin, gell? Echt? Da gab es aber einen Pfarrstaus, gell? Ja, wir haben schon etwas nicht drauf, das war ein Gesicht. Wollt ihr wirklich rein? Ja? Ich muss euch ganz ernst sagen, das war ein Scherz, gell? Für die alle, die sich freut haben, wir bleiben euch da vorne in die Hände drauf, gell? Wir wollten das noch einmal erleben, gell? Wir haben jetzt ein italienisches Lied, ganz ein leichter Text, gell? Passt auf! La, 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 la Das war's. 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 Das war's.